Es ist 8 Uhr morgens und wir befinden uns hier in Erwartung einer Zwangsräumung in der Lausitzerstraße 8 in Berlin-Kreuzberg. Die Immobilienspekulantenfirma Franel möchte gerne einen Mieter räumen lassen, weil er seine Miete nicht fristgerecht bezahlte. Einige Leute sehen das anders. Eine Familie, die ihr euren Platz geräumt, wäre stolz so, dass der Dachdienst, dass er Mieterhöhungen eingeklagt hat und diese Familie öffentlich gezahlt hat. Und dann gibt es eine Frist seit 2019 und wenn man dann, also sowohl die, aber auch solche Dachdienst, sozusagen Zahlungen überhaupt oder unverdanklich bezahlt, dass man voll fristlos gekündigt werden kann. Und das ist hier halt passiert, nach dem Urteil, nachdem der Vermieter an den Fanel hier die Mieterhöhungen eingefragt hat, hat halt die Familie, das, weil es auch schwierige Zeit war für sie, halt zwei Monate lang, dass sie sich auf den Schirken hat, das kam dann auch keine Mahnung oder so und wurde dann sofort gekündigt. Und sie haben sich hier einfach dazu entschieden, in der Wohnung zu bleiben, weil sie sagen, es ist halt ihre Wohnung, sie sind hier hier zu Hause, wie gesagt, in rund 30 Jahren teilweise. Und was auch irgendwie richtig bewundet wird, ist, dass wir versuchen, die sozusagen Leute auf den Seiten setzen und irgendwie andere Leute zur Mutti-Gesicht, ja genau, auch in ihren Augen zu bleiben und sich nicht irgendwie verdrängen zu lassen und so. Die Situation ist gerade die, dass hier schon der Schlosser da war, um das Schloss auszutauschen, der wagt jetzt dort noch auf seine Kollegin bzw. auf die Gerichtsfassiererin und ja, das tun wir quasi auch. Aber heute ist hier auf jeden Fall keine Zwangsräumung. Jetzt haben sie so viele Nachbarn geachtet, weil es geht ja auch um eine, wo die Miete gezahlt ist. Ich habe das, was für mich immer interessiert ist, weil es gibt einen Räumungsurteil und aus dem wird vollstreckt und ich bin die Vollstreckung. Alles, was ohne gelaufen ist, läuft ja nicht für mich, ich habe ja nicht die materieerrichtliche Entscheidungen. Aber es ist nicht so für die Miete für die Miete. Dafür ist das Gericht zuständig, ich bin kein Richter. Rund, 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 Rund! Rund, 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 Rund! Haubach, 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 Haubach. Die Räumung wurde vorerst eingestellt. Vor Ort wurde die Einweisung vereitelt durch massive Ausschreitungen. Habt ihr gehört? Vor Ort wurde die Einweisung vereitelt durch massive Ausschreitungen. Wo denn? Wo waren da Ausschreitungen? Was nicht ist, kann noch werden. Ja, die Gerichtsvollzieherin ist jetzt gegangen. Sie konnte die Räumung nicht durchsetzen. Sie hat aufgeschrieben, dass sie massiv behindert wurde und das nicht durchsetzen kann. Es wird einen zweiten Termin geben. Da wissen wir jetzt nicht, wie wir den erfahren. Aber ich bin mir sicher, dass wir ihn erfahren. Und zunächst einmal wurde heute die Zwangsräumung verhindert.